Ja, hallo Freunde, Christian, mein Partner, kurz Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Jetzt ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung, Liebe. Ja, das hat nämlich so viele Kommentare gekriegt, dass ich auch mal die drei weiblichen Formen von Polarität, also die Archetypen, die weiblichen Archetypen von Polarität mal nennen soll. Mache ich gerne. Das ganze Thema Polarität, auch mit ganz viel Forschung in meinem neuen Buch, kommt jetzt quasi raus oder ist teilweise auch schon rausgekommen diese Woche, Feuer und Flamme, warum echte Leidenschaft die Polarität für männliche und weibliche Energie braucht. Ja, wird bestimmt auch ein paar Leute aufregen, das Buch. Und wir haben ja auch den Kurs, einen neuen Polaritätskurs, den es jetzt zum Frühbucherpreis gibt, wo ich auch diese ganzen Konzepte, auch die ich jetzt hier in den letzten beiden Videos, gestern habe ich ja über die Männer Archetypen gesprochen, noch weiter ausführen werde. Unter anderem gibt es auch noch ganz viele Untertypen und Mischtypen und ja, super spannend. Ja, kommen wir zu den drei weiblichen Archetypen nochmal. Man darf Archetypen jetzt nicht immer so eins zu eins ins Leben übersetzen. Wenn es zum Beispiel den Archetyp König gibt, der uns gerade beschäftigt, dann heißt das nicht, dass man ein König sein muss, sondern das sind einfach so Energiedinge, das muss man sich immer wieder klar machen, die sich dann erst übersetzen ins konkrete Leben. Das ist vor allem mit diesen Untertypen, die es dann auch gibt, wird das dann auch häufig deutlicher. Ja, was heute glaube ich auch deutlich wird, warum es manchmal so schwer ist, ein Beispiel zu finden für, ja, welche Schauspielerin hat denn eine gute weibliche Polarität, weil man jetzt gleich merken wird bei den Typen, also diese drei Typen, die es gibt, die wirst du seltenst in einer Frau finden, genau wie bei den Männern auch seltenst. seltenst, ja, das geht eigentlich fast gar nicht, alle drei Typen in einem Mann findest. Aber gehen wir da einfach mal rein. Also wir hatten ja, das korrespondiert auch zu den Typen von gestern. Da hatten wir den Versorger, den Aggressor und den Held. Und dazu gibt es korrespondierend die drei weiblichen Archetypen. Und zum Versorger kommt so, ja, das süße Mädchen, das Mädchen von nebenan. Also im Englischen sagen die immer so, the good girl. Das ist aber jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, genauso wie bei dem Versorger, das nicht irgendwie negativ gemeint ist, sondern das ist so dieses Urbild von weiblicher Polarität. Also weich, versorgend, also das Nurturing, kümmert sich gern um andere Familie, Haustiere, ihren Mann. Männer beschreiben sie als irgendwie süß und, also das Mädchen von nebenan, Heiratsmaterial irgendwie, wie soll ich mal sagen, auch so im Sinne von ein bisschen unschuldig so. Und, ja, zieht natürlich vor allem diesen Versorgertyp an, weil der sagt sich dann, ja, toll, über die kümmere ich mich jetzt. Und bilden auch, können ein sehr gutes Couple bilden. Und das ist auch der Typ Frauen, wo man vielleicht bei den meisten Männern sagen sollte, sollten sie vielleicht aussuchen, genau wie beim Versorger bei den Männern. Ja, genau, gibt es bestimmt sehr häufig, wie die anderen beiden Typen aber auch. Da hatten wir bei den Männern ja den Aggressor, was passt denn bei den Frauen dazu? Und das ist die Femme Fatale. Also die Femme Fatale ist, ja, also immer wenn Männer zu mir kommen, toxische Beziehungen, sind die eigentlich mit so einer Femme Fatale zusammen. Also sexy, verführerisch, egozentrisch, selbstbewusst, nur so auf Dopamin aus, spielt mit Männern, emotional, Ups and Downs, impulsiv, labil, dann wieder total stark, dann braucht sie deine Nähe, dann betrügt sie dich. Also ja, Femme Fatale, vor allem haben sicherlich, gibt es x Beispiele auch in den Filmen, also die Frau, die den Mann irgendwie in den Abgrund reitet sozusagen. Und also in diesem Theoriegebäude passt das eben gut zu dem Aggressor. Das wäre dann so ein Extremfall davon, aber also jetzt nicht alle, aber so ein Extremfall davon wäre so der Narzisst mit der Borderlinerin. Oder ja, wir müssen jetzt auch mal, also die Archetypen sind jetzt nicht hundertprozentig. Also müsst ihr euch noch Gender mit dazu denken, weil natürlich kann es auch Menschen geben, Frauen geben, die viel in so einem männlichen Archetyp sind und Männer in so einem weiblichen. Aber ihr wisst schon, wie ich es meine, das absolute Horrorpaar, Borderline und Narzisst. Wie jetzt mit welchen Gendern auch immer oder im queeren Paar, das spielt jetzt einfach alles überhaupt keine Rolle an. Nichts kann überall das Gleiche sein. Wobei ich auch finde, dass viele Co-Abhängige-Männer mit der Femme Fatale ziemlich schlimmes Match bilden. Und dann bei Mirland zum Beispiel so, genau. Dann haben wir bei den Männern ja den Held und dazu passt das Trophy-Wife, also so die Trophäen-Frau. Was ist damit gemeint? Das sind alles ganz neutrale Begriffe. Also das ist eine Frau, die sich auch so als sexy sieht, ähnlich wie die Femme Fatale. Aber die ist eben nicht auf so eine Vielzahl von Männern fokussiert, sondern auf den einen. Also sie will den Besten auswählen und den wählt sie auch so ganz vorsichtig aus, hat hohe Standards. Und wenn sie jemand ausgewählt hat, dann kann sie eben auch sehr loyal und auch sehr girly und auch auf jeden Fall diese Mischung bilden von unschuldig, sexy, viele Männer so stehen. Ja, gibt es auch super viel. Könnte heute auch so ein Typ Frau sein, der sagt, ach, ich habe ja hier eine Dating-App. Ich bin jung, hot. Ich habe ja so viele Möglichkeiten. Ich habe riesige Ansprüche. Deswegen finde ich auch nie jemanden, weil ich nur den Allerbesten will und den wollen dann mal alle auf der Dating-App haben. Ja, aber wie gesagt, man darf das alles nicht zu sehr eins zu eins sehen. Also Trophy-Vive könnte auch sein. Du willst den tollsten Mann aus deinem Kegel-Club haben. Also das sind alles so relative Begriffe. Das sind einfach so Energie-Geschichten. Aber darauf gehe ich dann in meinem kurzen Jahr ein. Packe ich auch nochmal drunter. Aber das passt natürlich super zum Helden. Auch Held ist was ganz Relatives jetzt. Kann im Kegel-Club auch der beste Kegler sein. Aber wenn man jetzt diese ganzen Mischungen und Untertypen sieht, habe ich auch so eine Liste mit Schauspielern dazu. Das packe ich dann aber in den Kurs rein. Das ist schon spannend. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also hier sind bekannte Frauen und Männer. Also hier sind Typen zugeordnet. Ist schon echt super. Super interessant, finde ich. Ja, genau. Wenn ihr mehr von wissen wollt, also chat, fragt auch gern. Vielleicht mache ich da auch noch ein paar Videos zu. Aber ja, letztlich wird auch viel Content in den Kursen landen natürlich und ist im Buch. Und vielleicht sehen wir uns ja auf einer von den Lesungen in Frankfurt am Freitag oder am Sonntag in Karlsruhe. Es gibt auch eine weitere Lesung in Berlin im März nächsten Jahres. Aber es gibt, glaube ich, auch noch acht. Wir haben nochmal zehn Karten rausgehauen bei einer Lesung in Berlin. Was muss ich noch sagen? Was muss ich noch sagen? Ja, dann sind wir noch, ja, findet ja alles auf der Webseite. Hamburg, Berlin, Essen, Wismar und noch das eine oder andere in Wien kommt auch noch dazu. Und ja, Buch ist super gestartet übrigens. Vielen Dank. Sobald ein Organ jetzt richtig raus ist, ist es schon, ja, kann man es bei Amazon schon sehen, dass es schön hochgekommen ist. Freut mich sehr. Ich glaube, das wird auch viele ansprechen. Wird auch sehr polarisieren, glaube ich. Und ja, freue mich auch. Kommt auch so einiger Journalistenbesuch zu einer Lesung und freue mich richtig drauf. Ja, in diesem Sinne, dann werden wir uns bald wiedersehen. Ciao, ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne, dann werden wir uns bald wiedersehen.